Herzlich willkommen zu Campus TV. Wir sind Studierende der THWS und befassen uns in diesem Semester mit Künstlerinnen und Künstlern aus Würzburg. Auch heute haben wir wieder drei Videos für Sie mitgebracht, die wir selbst gedreht haben. Im ersten Video nehmen wir Sie mit in die Welt der Musik. Musik ist ein Teil im Leben eines jeden. Doch wie genau dieser entsteht und wie viel Arbeit dahinter steckt, ist wahrscheinlich nicht jedem von uns bewusst. Wir durften den Musiker Eros mit ins Studio begleiten und erfahren, wie er vorgeht, wenn er einen neuen Song produziert und was so alles dahinter steckt. Hello, Eros hier und ich zeige euch mal das Studio, wo ich aufnehme und daran arbeite, was ich gerne hätte von einem Kumpel. Okay, let's go. Also, schaut mal. Hier ist der Raum zum Aufnehmen, wo mein Audioingenieur alles macht, so seine Arbeit halt. Kein Plan davon. Hier sind so seine Platten, bisschen Absorber und der Tisch, der Chiller-Tisch und der wichtigste zum Essen, Tränken etc. Chillen, für die beste Atmosphäre zum Mucke machen. Wenn ich einen Song schreibe, gehe ich als erstes so vor, dass ich einen Beat mir picke, der meinem Vibe entspricht. Also bei mir, meiner Musik und meiner Kunst, die ich mache, geht es mehr um den Vibe als auch überhaupt um so große Reimtechniken, Texte oder große Thematiken. Ich lasse mich halt einfach von dem Beat meistens führen. Also brauche ich erst mal einen Beat, suche mir einen aus, der mir gefällt und der führt mich dann sozusagen durch die Melodie, durch den Text und auch durch das Thema, was dann spontan sozusagen entsteht. Und ja, so lasse ich mich, sage ich mal, durch die Musik treiben. Also für mich ist als erstes der Beat wichtig und danach der Text. Also soweit steht jetzt schon mal die Hook, der Refrain und wir schauen mal, dass der Text weiter geht später, aber jetzt nehmen wir die erst mal auf. Ich nehme mich mal mit in die Boof. Einmal mitkommen. Genau, also so ein schalldichter Raum, der genau in der Akustik ausgerichtet ist und abgemessen ist. Dann nehmen wir jetzt drin auf und schauen mal, dass die Hook zu einem Erfolg wird. Was mir ganz wichtig ist, ist halt, dass wirklich ich mir mittlerweile dieses Team aufgebaut habe von meinem Audioingenieur, mit dem ich auch richtig gut befreundet bin mittlerweile. Und auch mit meinem Videoproduzenten. Es ist halt, es macht einfach Spaß, mit den Jungs abzuhängen und auch Musik zu machen und ja, ich bin froh, dass ich mit denen das machen kann, weil ohne dieses Team gäbe es einfach den Künstler Arrows nicht, die Musikrichtung, die ich mache, auch dieses Soundbild und ja, das ist, finde ich ziemlich cool. Das macht mir richtig Spaß. Das macht mir so. 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 Hörst du diese bittersüße Symphonie? Viele schiefe Töne, vieles läuft halt schief. Sind so verschieden, so verschieden, ja. Wir kriegen uns, obwohl wir uns doch lieben, ja. Hörst du diese bittersüße Symphonie? Viele schiefe Töne, vieles läuft halt schief. Sind so verschieden, ja, so verschieden, ja. Wir kriegen uns, obwohl wir uns doch lieben, sag mir nicht, du hättest mich nicht verdient. Tränen, nasse Wangen schmücken dein Gesicht, du lässt dich fallen auf den Asphalt. Splitte, nackte Wahrheit tut weh, es tut weh, wenn du gehst. Lass dich nie mehr los, doch lass dich im selben Moment angehen. Beim nächsten Video geht es an einen Ort, an den viele von ihnen bestimmt schon mal waren. Und falls nicht, ist dies eine Empfehlung. Unsere Komeditoninnen waren nämlich in der Schwarzlichtfabrik in Würzburg und haben dort den Künstler getroffen, der den Pit-Pet-Bereich gestaltet hat. Ich sitze hier gerade eben mit dem Künstler Momoshi. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Willst du dich einfach mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin der Künstler Momoshi oder Mr. Momoshi. So bin ich auf Instagram und Facebook auch. Und ich bin Street Art Künstler. Ich mache hauptsächlich Wandbemalungen, Leinwände, Ausstellungen, ab und zu Bodypainting. Ich bemale Klaviere und eigentlich alles Mögliche, was ich bemalen kann. Und ich mache es jetzt schon seit fast 20 Jahren. Sehr cool. Wie bist du denn dann zu der Kunst gekommen? Zu der Kunst? Also ich war damals an der Uni gesessen, habe mich zu Tode gelangweilt. Das war eine Englisch-Vorlesung und ich hatte so ein Blatt vor mir. Und ich habe dann total im Unterbewusstsein so reingeschmiert. Und so nach einer Stunde gucke ich drauf, so, das schaut nicht schlecht aus. Und dann habe ich wirklich so eine Stimme im Kopf gehört, so, ey, du wirst jetzt Künstler. Ja, seit dem Tag, ich kann es dir recht erklären, es ist wie so ein Algorithmus. Also ich sehe irgendwas und ich kann es sofort in meinen Style übersetzen. Also ich muss auch nicht viel nachdenken, es kommt ziemlich automatisch. Habe ich meinen Style, ich weiß, welche Formel ich nehmen muss, welche Farbe. Eines deiner größten Projekte bisher war ja auch das Designen von dem PitBit-Bereich in der Schwarzwischfabrik. Was war denn dann hier deine Inspiration dafür? So eine Inspiration am Anfang, eigentlich war ja geplant, dass diese Halle, was mit Fußball zu tun hat, das war so eine Fußballhalle. Aber dann hat man sich entschieden, es wird eine PitBit-Anlage. Und eigentlich konnte ich da machen, was ich wollte. Also ich durfte einfach, was mir gerade in den Kopf kam, so wird es eigentlich am besten. Und ich wollte, dass die Leute dann praktisch sich verlieren können in dieser Welt. Welche Projekte stehen denn in der Zukunft dann noch bei dir an? Also in der Zukunft, ich werde erstmal diese Halle fertig malen. Und dann werde ich wieder Klavieri bemalen für dieses Projekt Think for Hope, wo ich weltweit eigentlich Klavier bemalen mit Flüchtlingskindern. Welche Kunstart ist das denn, beziehungsweise wie nennt man den Stil denn davon? Also manche sagen Streetart oder Popart. Ich nenne es auch noch Organic Art, weil ich meine alles ziemlich organisch. Und welche Materialien benutzt du denn dafür? Also jetzt hier für die Anlage, das ist alles zu 100% eigentlich Acrylfarbe. Das sind auch Schwarzlichtfarben natürlich, Neon. Und wie lange hat denn der ganze Bereich jetzt gebraucht? Also ich habe angefangen vor acht Jahren, 2015. Und ich habe da bestimmt ein halbes Jahr lang hier gemalt. Was macht dir denn dann an deiner Arbeit, beziehungsweise an deinem Hobby besonders viel Spaß? Also was mir gefällt, wenn ich wirklich malen kann, was ich möchte, weil dann bin ich richtig in meiner Welt. Ich bin fast wie ein Trance, ist eigentlich wie eine Art Therapie, ist fast entspannend. Also fühlt sich dann nicht nach Arbeit an, sondern ich glaube in meiner Freizeit würde ich auch nichts anderes machen. Darum ist es für mich das Schönste, wenn es den Leuten gefällt, umso besser. Hast du hier irgendein Lieblingskunstwerk? Also eigentlich gefällt mir vielleicht die neue Wand am besten, wenn da noch die Animation läuft, wo sich die Projektion mit dem Wandbild praktisch vermischt. Hast du denn dann abschließend noch ein paar Tipps für junge oder angehende Künstler? Also man braucht echt viel Durchhaltevermögen. Man muss immer probieren, sich weiterzuentwickeln, immer besser zu werden. Und du musst wirklich an dich glauben, wenn du das machen willst. Und selbst wenn die Leute dich kritisieren, also wenn du wirklich an dich glaubst und du Künstler werden willst, darfst du dich nicht von den anderen davon abbringen lassen. Die Weihnachtszeit ist angebrochen. Glühweine und Weihnachtsmärkte sind überall zu sehen. Konnten Sie schon den süßen Versuchungen widerstehen? Ich jedenfalls nicht. Um sich im neuen Jahr nicht auf der Waage zu erschrecken, sind meine Gruppe und ich ins Fitnessstudio gegangen. Welche Fehler gerade Anfänger machen und wie es richtig geht, haben wir uns von einem Profi erklären lassen. Und wie es einen guten Tag gibt, sind meine Gruppe und ich bin sehr liesslich. Eins bei Gym-Anfängern, was wir tagtäglich im Studio sehen, ist zu schnelles Training. Es bricht nichts, das Gewicht von A nach B, so schnell es geht zu bewegen, sondern wir wollen die Wirkung kontrolliert ausführen und so langsam wie möglich. Also wir wollen quasi, dass Positiv immer etwas schneller ist als Negativ und die Wirkung kontrolliert ausführen. Oh Mensch, das ist wirklich zum Tod lachen, das sage ich dir. Ja, das glaube ich dir sofort, aber Smartphone-Training sollte nicht unbedingt dabei sein. Da kommen wir schon zu Viertel Nummer 2, das Smartphone beim Training. Wir alle kennen es, wir lieben es, aber im Training lieber weglassen, weil das lenkt uns im Prinzip nur ab und ihr besetzt natürlich auch das Gerät für Leute, die wirklich trainieren wollen. Natürlich könnt ihr mal zwischen den Satzpausen drauf gucken, mal gucken, welche Übung als nächstes kommt, aber keine Reels schauen, kein YouTube, was auch immer. Maximal zwei Minuten Satzpause und dann geht es weiter zum nächsten Gerät. So wie zum Thema, da sind wir schon Viertel Nummer 3. Ja, man sieht eben häufig, dass die Leute viel zu schnell Geräte wechseln, ohne eine Übung überhaupt anzufangen oder halt wirklich zu vollenden. Wir empfehlen immer ungefähr drei Sätze pro Übung und würde ich den Satz fertig abschließen, das heißt 15 Wiederholungen und erst dann das Gerät zu wechseln. Ich bin schon eine Woche hier im Gym, Alter. Ja, man sieht immer noch nichts. Ich bin schon drei Wochen hier. Man sieht auch nur gar nichts. Ich hoffe, bald kommst du, Junge. Boah, das hoffe ich auch. Das sage ich dir aber. Das dauert. Lass dich nicht unterkriegen. Dauert mindestens mal vier Monate, bis ihr wirklich Erfolg seht. Bis dahin einfach durchziehen, so wie ihr es aktuell schon macht. Hart trainieren. Wirklich regelmäßig ins Gym kommen. Alles geben. Und dann werden die Erfolge auf jeden Fall kommen. Gut. Der geht easy noch was. Komm. Ja, sauber. Wie jetzt? Das war es schon? Alles gut. Okay. Ja, kommen wir zur Feder Nummer 5. Kein Muskelversagen. Wir wollen natürlich auch, dass der Muskel wächst. Dementsprechend müssen wir Muskel ans Versagen bringen, damit wir Pokesona ziehen können. Weil der Muskel wächst nur, wenn wir einem kleinen Verletzungen zuführen. Wir wollen quasi, dass die Muskelfasern verletzt werden. Und in dieser Reparatur werden sie quasi wachsen und sich halt größer ausbilden. Sprich, wir wollen wirklich, dass fast nichts mehr geht. Wir wollen ungefähr 1 bis 2 Wiederholungen im Tank lassen, sagt man so gern. Dass so Wiederholungen möglich wären. Aber viel mehr nicht. Und das war auf jeden Fall zum Beispiel dafür, dass es viel zu leicht war. Dementsprechend geht es nochmal weiter jetzt. Und jetzt alles raus. Sehr gut. Bist du fertig mit dem Training? Ja, Mann. Ey, war richtig gut. Ich habe heute so viel gelernt. Ich auch. Wahnsinnig viel gelernt. Nino, vielen Dank dir. Gerne. Dankeschön. Und was machen wir jetzt? Ich habe richtig Hunger. Hast du Hunger? Sollen wir zu Meck is? Sollen wir zu Meck is? Jawohl. Also McDonalds wäre jetzt gar nichts. Die richtige Ernährung spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Ernährung macht bis zu 70% beim Training aus. Um würdliche Erfolge zu erzielen, müsst ihr euch richtig ernähren. Mein Tipp an euch, informiert euch über Ernährung und schaut, wie viel Kalorien ihr pro Tag konsumiert. Weil die Energiebilanz ist entscheidend darüber, in welche Richtung es gehen soll. Also fassen wir die fünf wichtigsten Fehler nochmal zusammen. Fehler Nummer eins war quasi, dass wir zu schnell trainieren. Wir wollen immer langsam und konzentriert trainieren, damit die Muskulatur, die wir verbessern möchten oder verändern möchten, auch wirklich angesteuert wird. Fehler Nummer zwei, Ablehnung beim Training. Das Smartphone darf natürlich beim Training dabei sein. Natürlich, ihr hört Musik, lasst mein YouTube-Video nebenbei laufen. Aber schaut wirklich darauf, dass es euch nicht Zeit kostet. Fehler Nummer drei, kein fixer Trainingsplan. Natürlich könnt ihr ein bisschen Freestyle trainieren und mal gucken, welche Übungen euch wirklich gefallen. Aber ein fester Trainingsplan sollte schon her. Fehler Nummer vier, die falsche Erwartungshaltung. Natürlich passiert nichts von heute auf morgen und es passiert auch nichts, wenn ihr eine Wiederholung macht. Bitte wird nicht sofort wachsen. Habt die richtige Erwartungshaltung, setzt euch vor allem auf Ziele, bis wann ihr was erreichen möchtet. Bedachtet den langen Zeitraum, seid diszipliniert, motiviert, dann werdet ihr definitiv Erfolge sehen. Fehler Nummer fünf, Muskelversagen. Es geht immer mehr, als ihr denkt. Versucht wirklich nach und nach euch zu steigern und wirklich alles rauszuholen, damit ihr wirklich Erfolge erzielt. So, das waren die wichtigsten Tipps für einen reibungslosen Start im Fitnessstudio. Mein Name ist Dino Schweighäfer, ich bin 23 Jahre alt und Fitnesstrainer hier im wunderschönen Lifestyle-Fitnessclub in Würzburg. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder Campus TV eingeschaltet haben. Seien Sie auch bei unseren nächsten und letzten Sendungen dabei, um mehr spannende Einblicke in unsere Region zu bekommen. Bis bald!